Gruselig. Es ist alles so unheimlich. Hallo, Pantherchen. Du kommst hier nicht rauf, ne? Na? Hier oben erwischst du mich nicht, ne? Och, da ist noch einer. Das war ja so klar. Und es sind zwei, natürlich. Also wenn einen mehr als einen Gegner angreifen, kann man diesen Kopfschutz einfach nicht wirklich machen. Was? Warum? Wie viele sind denn hier? Och, da ist noch einer im Käfig. Sogar zwei. Ja, warum denn nicht? Na, kommt. Kommt raus. Aber ich kann auch ausweichen, wie ich will. Ja, wirsch mich halt trotzdem. Ach du Scheiße. So. Jetzt lasst mich in Ruhe. Ganz toll. Was passiert? Dann kommt da oben so ein Haken raus. Okay. Warum kann sie sich da oben nicht festhalten? Okay, dann halt nicht. Okay. Nein. Ich gucke nach hinten und sie springt nach oben. Ja, natürlich. Warum? Ich kriege langsam die Motten hier. So, oben. Also bin ich doch viel zu langsam. Jetzt. Und wie geht's hier noch weiter? Ach, ich muss wahrscheinlich im richtigen Moment wieder nach hinten springen. Es ist mir hier immer alles viel zu hektisch. Nein. Nein. Ops. Na. Ich weiß ja nicht, warum sie nach oben springt. Ich drücke ja nach hinten. Hm. So. Ach so geht's auch. Okay. 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 Okay, das bleibt sogar noch. Da geht's offenbar weiter. In dem Käfig war ich noch gar nicht drin. Meins. Und auch meins. Ich gehe noch mal gucken, ob auch ich hier in den Käfigen ja nichts übersehe. Da ist noch Medipack. Mitnehmen. Ich hätte das Medipack da liegen lassen sollen. Warum sie sich nicht dran festhält, will ich wissen. Es ist bestimmt wieder so eine Präzisionsarbeit. Wenn ich nicht genau da und da bin, wenn ich abspringe, dann... Ja. So, jetzt gehe ich hier lang. Ops. Hoch. Zurück. Hoch. Jetzt gucke ich mal, was hier hinten ist. Ein Weg. Da hinten ist halt auch ein Weg. Wo muss ich denn jetzt wieder lang? Hm. Ach ja, und von hier bin ich gekommen. Ach so. Hoch, hoch, hoch. Andere Seite. Da lang. Dann gehen wir jetzt natürlich hier entlang. Nichts gegen Ägypten, aber den Zaunt hier hätten sie anders machen können. Ja, natürlich. Und wo sind deine Kumpels? Du bist doch safe, nicht alleine. War der tatsächlich mal alleine? Was war das? Was, 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 was? Oh Gott, oh Gott, nein. Wie mich diese Viecher abfacken. Hier komme ich nicht drauf. Ich muss irgendwo klettern. Das war ja klar. Von denen werden bestimmt noch mehr hier lauern. Hat sich da was bewegt? Nein. Jetzt werde ich schon paranoid. Den Raum hier kenne ich auch. Nee, das checke ich erst mal aus, wo ich da lang muss. Oder bleiben die so stehen? Nee, die bleiben natürlich nicht so stehen. Warum denn auch? Oh, jetzt tu mal nicht so, Lara. Du bist gut gelandet. Hoch. Medipack! Sieht irgendwie immer so aus, als könnte ich hiermit irgendwas machen, aber ich kann nichts machen. Total realistisch, würde ich sagen. Noch nicht. Hm, 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 hm. Ups. So, was genau hat sich jetzt hier verändert, was mir weiterhilft? Ach, da oben ist ein Ring, da ist ein Ring. Na rauf mit dir. Schade, dass ich mich hier irgendwo festhalten kann. So. Sehr gut. Eins runter, eins nach hinten. Doch, 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 ist richtig. Hopp. Wie komme ich denn da ran? Kann ich mich da festhalten? Ach so, kann ich vielleicht so? Jetzt nach hinten. Ja. So, nein, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben. Das nehmen wir mit. Aber da hält sie sich dann wieder nicht fest. Ist okay. Fünfmal Q drücken, ich vergesse es. Einmal reicht nicht. Ach. Es ist diese, also dieser Tastenwechsel schafft mich immer. Dass ich die ganze Zeit das drücken muss, damit sie hier überhaupt läuft. Und damit sie springt, muss ich halt wieder was ganz anderes drücken. Ach. Warum tat denn das jetzt weh? Du bist schon aus höheren Höhen gefallen. Warum tut ihr das weh? Sie fällt vor allem auf Sand. So. Hopps. 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 Eins runter. Hopps. Eins nach oben. Nee, hä? 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 Ich versteh grad nicht so ganz, wo ich hin muss. Ich muss doch bestimmt irgendwie halt an diese Stange ran. Aber so schaffe ich das ja never ever. Hier ist das zweite Gewicht. Nicht muss ich hier mit da lang springen? Uff. Na, hält sie sich natürlich wenig fest und verletzt sich nur. Da oben kann ich mich ja auch nirgends festhalten. So. Äh. Achso, sie hat sie... Ah, okay. Sie hat sich nicht richtig festgehalten. Okay. Hab ich hier gewundert, warum das Ausrufezeichen kam. Okay. Rätsel gelöst. Yay, Sand. Okay, Leute. Bei diesem Kontrollpunkt mache ich fürs Erste auch Schluss. Das reichen mir jetzt auch erst mal wieder. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Tomb Raider Anniversary in Ägypten. Tschüss.